Meine Mountain Spirit sind das erste Mal. Ich bin das erste Mal mit den Franziskanern unterwegs. Die Gemeinschaft hat mir sehr gefallen, in der Gruppe auch mit den anderen Kollegen und Kolleginnen und mein Highlight war die Gletscherwanderung und das erste Mal auf einen Dreitausender. Das war ein Highlight. Oder auch am Abend die gemütlichen Stunden, wo wir nicht geplaudert gespielt haben. Das war sehr fein. Das war ein Highlight. Ich meine, es gibt auch regelmäßig...